Es ist sinnvoll, früh mit der Wassergewöhnung anzufangen, damit das Kind zuallererst Spaß hat und auf keinen Fall Angst vor dem Wasser hat, auch nicht im Gesicht und natürlich für die motorische Entwicklung des Kindes. Außerdem ist das ein wichtiger Baustein, dass das Kind später ein sicherer Schwimmer wird. Hände, Füße, Bauch und Rücken sollten das Wasser auf jeden Fall spüren. Bei dem Kopf und dem Gesicht haben viele Kinder anfangs ein bisschen Probleme, deswegen sollte man sich da schrittweise rantasten, ein bisschen Wasser übers Gesicht laufen lassen oder ins Gesicht spritzen und gucken, wie das Kind reagiert. Man sollte unbedingt auf die Temperatur achten. Die ideale Wassertemperatur liegt ungefähr bei 36 Grad. Man könnte diese aber auch auf 32 Grad reduzieren, damit sich das Kind an die schlimmer Temperatur gewöhnt und die Mutter sollte natürlich oder auch der Vater unmittelbar bei dem Kind bleiben. Wenn das Kind doch mal zu viel Wasser geschluckt hat, sollte man das bis zum nächsten Tag beobachten. Bei Atemnot sollte man auf jeden Fall den Arzt aufsuchen. Das Kind bereits zu Hause ans Wasser zu gewöhnen, ist eine gute Vorbereitung für den Schwimmkurs. Es erlebt erste Reize mit dem Wasser und so können die Ängste vor dem Wasser bereits minimiert werden. Selbst wenn zu Hause keine Badewanne zur Verfügung steht, kann auf eine große Schüssel oder auch das Waschbecken zur Wassergewöhnung ausgewichen werden. Das Kind lernt sich im Wasser wohl zu fühlen und der Start im Schwimmkurs gelingt schneller. Waschbecken zur Wassergewöhnung WoSnake